Die Zeiten sind sehr viel humorloser geworden. Irgendjemand ist ganz schnell immer beleidigt. Und es gibt heute auch so einen Anspruch darauf, dass über niemanden mehr gelacht werden darf, außer über die anderen. Und dadurch gibt es schnell so Reaktionen, die führen meistens dazu, dass man auf der Gegenseite des politischen Spektrums verortet wird. Das heißt, macht man Witz über die Grünen, ist man sofort rechtsradikal, AfD oder schlimmer, Nazi oder was weiß ich. Mich ärgert am meisten eigentlich im Moment der Verfall unseres Landes. Und das ärgert mich schon, dass wir einfach dem Land beim Verfall zusehen. Und man denkt, jetzt muss doch mal jemand anfangen, eine Bahnstrecke zu bauen oder mal irgendwie zu gucken, da muss doch jetzt was passieren, dass Menschen vorwärts kommen können. Und heute haben wir sehr oft diese Situation, dass es eine Einheitsmeinung gibt, von der man nicht mehr abweichen darf. Und das war auch einer der Gründe, warum ich damals unterschrieben habe, weil ich dachte, hier muss doch eine Diskussion stattfinden. Das war eigentlich das Wichtigste, fand ich damals. Und ich finde diese Einheitsmeinung, die heute vorgeschrieben werden, jede Abweichung davon ist gleich extremistisch, ist gleich rechts- oder linksradikal oder was auch immer. Das macht Diskussionen heute so schwierig und das finde ich schade. Applaus Vielen Dank.